München hat den Zuschlag für die European Championships 2022 erhalten. 50 Jahre nach der Olympiade 1972 gibt es wieder ein echtes Sporthighlight. Über 4000 Athletinnen und Athleten kämpfen um 150 Medaillen. Es ist Münchens größtes Sportereignis seit den Olympischen Spielen vor 50 Jahren. Die European Championships finden vom 11. bis 21. August 2022 statt.